Musik In dieser Einheit sehen wir Schülerinnen und Schüler einer achten Schulstufe, vierte Klasse Neu-Mittelschule im Unterrichtsfach Chemie. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten zum Thema Moleküle. Dazu befinden sie sich zuerst auf der gegenständlichen Ebene. Sie bauen diese Moleküle, gehen anschließend in die bildliche Ebene, in der sie die Modelle zeichnen. Danach kommen sie in die sprachliche Ebene. Sie verwenden dazu den Satzbaukasten. Und ganz zum Schluss kommen sie in die Formelebene. Dabei werden sie gemeinsam mit mir die Strukturformeln erarbeiten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 HCL-Moleküle bestehen aus einem Wasserstoffatom und einer Riesenstoffatom. HCL-Moleküle bestehen aus zwei Sauerstoffatomen und einem Sauerstoffatom. Okay, also O2-Moleküle bestehen aus zwei Sauerstoffatomen. Ihr habt jetzt die Moleküle gebaut. Ihr habt alle gezeichnet und die Sätze formuliert. Jetzt geht es darum, die Sprache der Chemiker kennenzulernen. Ich hätte gerne, dass ihr rundherum auch gleich herschaut. Das hier sind die Strukturen. Am Anfang der ersten Spalte hatten wir nur die Summenformel. Die steht H2 und O2. Jetzt wollen wir in der Strukturformel auch aufzeichnen, wie diese Atome miteinander verbunden sind. H2-Moleküle besteht aus welchen Teilchen, hast du festgestellt? Zwei Wasserstoffatomen. Zwei Wasserstoffatomen. Atomen, genau. Es ist ein Wasserstoffmolekül dann. Und wie ist dieses H2 miteinander verbunden, Fynn? Mit einem Einfachbügel. Genau, wie würdest du das hinzeichnen? Hier hast du schon gezeichnet. Wenn du jetzt auf jeder Reisengugel das Element hinschreiben musstest, so wie es im Permian-System steht. Ein H? Ja. Dann eine Strukturformel? Ja, ganz richtig, genau. Das ist die Strukturformel. Die könnt ihr gleich alle so hinschreiben. Dann Zweifachbindung. Genau, man sagt Zweifachbindung oder Doppelbindung. Welches Atom ist diese rote Kugel? Sauerstoff. Sauerstoff, genau. Wie würde ich das jetzt in der Strukturformel zeichnen? O2. Ein O. Und ein Zerstrisotum. Ja, genau. Zeichne das bitte genauso auf. Ein O, zwei Striche dazwischen und noch ein U. Das ist die Strukturformel für O2, für den Sauerstoff, für das Sauerstoffmolekül, so wie es in der Luft existiert. Wie wie eine merry- Myers-Musik schreibt. Ich kümmère die Rote Kugeln, wie eine werушiginale, die besser aus supuesto. Ein Freund an der Strukturformel. Wie sieht man damit aus? Arbeit mit 30,000 und dollarglomúp. In der Luft ist die Zerstoff,, die Backwater Vale? Bauch und K��. Untertitelung des ZDF, 2020